Jo, Leute, grüßt euch. Jetzt haben wir schon zum dritten Mal, das geht ja rucki zucki. Und ja, ich habe ein paar Anfragen gerührt, also genau gesagt, eine über Bierbrauer-Tradition in Bayern. Also, man muss ja schon sagen, Bier wird in Bayern schon seit Jahrhunderten, und nicht zu sagen, Jahrtausenden gebraut. Okay, und also, jetzt einmal im Vorhinein, ich weiß nicht, wie das ist, das ist ein Preis im Wort, habe ich ja davor schon einmal gesagt, auf gut bayerisch gesagt, Bier kaufst du in Bayern, wenn nicht, dann schmeckt es scheiße. Ist einfach so. Und ja, Bier gibt es auf viele verschiedene Arten, aber das Beste ist das mit dem Hopfen, weil dann ist es einfach schön herb. Und auch das Süße Zeug, was die Amis zu saufen, oder das Preisenbier, nein, das kannst du nicht brauchen. Da sind sogar die Österreicher noch besser. Ja, man glaubt es nicht, aber die Österreicher sind besser. Ja, und ja, also so genau wie das Bierbraut wird, weiß ich jetzt zwar nicht, aber ich weiß, dass Topfer reingeschmissen werden, und dann wird es gekocht. Und dann trinken wir es. So, zum gescheiten Schweinsbrauen. So schaut es aus. Also kauft es euch ein Schweinsbrauen und ein Bier. Und jetzt vergesst es einmal nicht, dass es jetzt noch ein bisschen subscribt und so und rate und comments macht, weil so kannst du nicht weitergehen, es sind ja auch Zustände. Also Leute, wir sehen uns für euch. Habt es einen schönen Abend. Also, wir sehen uns für euch.